Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within, immer noch hier mit dieser ganz tollen Formidablen Situation, wo wir hier nicht weiter sind. So, pass auf. Der ist tot. Alles klar. Hör mal ein bisschen näher an den Tischrand, bitte. Danke. Ja, ich weiß, wir haben jetzt Zeit und so, ne. Alles supi. Ich würd nur gerne, ganz ehrlich, dass du mir mehr hilfst. Oder gib mir deine Axt. Du bist eh voll nutzlos irgendwie gerade. I have to say this. Es tut mir leid. Äh, ich hab drei davon. Ich könnt natürlich mal Granätchen werfen, ne. Aber das Blöde ist, ich weiß gar nicht, worum jemand kommt. Weil da unten ist gerade keiner. Guck mal, da sind welche. Ich könnt natürlich mal hier, ja, ich schmeiß mal hier. Granate! Bäm, Junge. In die Fresse. Warte. So, weg mit dem Kopf, Junge. Oh. Ach komm, die haben die Granaten überliebt. Was seid denn ihr für Typen? Alter, voll komisch drauf. So, weg. Ich hab leider keine Streichhölzer, das heißt, ich kann die auch nicht richtig töten. Aber der ist tot, alles klar. Nein, 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 du bleibst. Scheiße. Der ist auch noch nicht tot. Ach, du Heilige. Hilfe. Help. Typ. So. Ich verballer meine ganze Muni hier gerade, ey. Das ist echt nicht schön. Oh, guck mal, er ist bestimmt voll der Liebe. Typ. Oder auch nicht. So, ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen. Das ist irgendwie gerade scheiße. Ich habe nämlich nicht so die Chance dazu. Ich sehe nämlich keine Muni mehr. Es ist nicht so schön. Oh, Mami. Boah, wie der mir auch überhaupt nicht hilft, ey, weißt du? Der steht ja nur dumm rum und macht nix. So. Arschkrampel. Tap, 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 tap. Ah, 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 ah. Ey, ganz ehrlich, kannst du mal herkommen mit deiner verkackten Axt und nicht irgendwo hier irgendwas machen, ey? Der geht immer da nach oben, ey. Ich flipp aus, ne? Eigentlich ist es auch gar nicht mal so dumm, da nach oben zu gehen, weil da ist, äh, ne? Und das ist eigentlich gar nicht doof. Oh, scheiße. Weg. Weg. So. Oh. Oh. Ah, du machst das schon. Ich könnte ihm natürlich jetzt helfen, aber ich tue es einfach mal nicht, weil... I don't see this ein, ne? So. Oh. Oh, die kommen davon irgendwo, kommen die alle hier und da, ist doch scheiße. Wie kann ich denn eigentlich die Fackel werfen? Irgendwie soll das ja auch gehen, ich weiß aber nicht wie. So. Oh. Weg. Voll in die Fresse getreten. Jetzt komm doch mal her. Hilf mir. Bleib hier nicht stehen. Guck mal, ich helfe. Nein. Jetzt. Der will mich verarschen. Der Junge will mich einfach nur verarschen. Geh doch nicht mal hier nach oben, ey. Wie dumm ist denn die KI hier? Hau die doch mal kaputt. Wo haust du denn hin? Also. Ich weiß, hau doch mal drauf. Das ist halt ein bisschen kacker. Ich hab keine... So, hier. In die Fresse. Und in die Fresse. Bist du tot? Das könnte sein. Ich bin ein Rüdischer. Aber ich glaube schon. Ich glaube, der ist tot. Munition. Immerhin zwei Kugeln. Scheiße. Hey, es ist echt. So. Ja. Ich weiß schon wieder nicht, wo er ist, ne? So, komm hierhin. Nein, dann komm ich hin. Was wir machen könnten... Äh. Sag mal, ganz ehrlich. Du bist doch so scheiße im Kopf. Kannst du nicht einfach mal hier... Musst deine Axt nachladen, oder was? Mal weg hier. Aua, 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 aua. Ich bin tot. Ach ey, leck mich doch an den Nüss, ne? Leck mich doch an den Nüss, sag ich dir. Es kann nicht wahr sein. Der ist so inkompetent, anstatt... Ey, ich verstehe das nicht. Ich hasse das. Die geben dir zwar so einen zweiten Typen an die Seite, aber das ist... Es ist doch nicht mehr schön, ey. Ich meine, das ist einfach nur nervig. Ganz ehrlich. Ja, ja, wir müssen sie alle ausschalten. Deine Mutti auch. Wir haben keine Chance, ohne die luchten Geschützer... Bäm, ausgeglichen, Junge. Verpiss dich. Hü! Ich habe vergessen, dass da eine Bombe ist. So, bist du tot? Oh, da kommt noch einer. Hi! Das Blöde ist... Ich kann ihn leider nicht töten. Ja, klar. Der kann das einfach so vom Boden aus. Und weg hier. Nimm die Beine in die Hand und lauf. Der steht immer nur da dumm rum, weißt du. Ich verstehe es nicht. So. Jetzt hau drauf, Junge. Alter. Der haut einfach nicht drauf. Der macht nix. Hau doch mal drauf. Guck mal, der liegt doch hier. Jetzt muss ich das machen, oder was? Na gut. Da du eh zu dumm bist dafür, mach ich das. Ist er tot? Könnte sein. So, fall da runter. Schlampe. So, stirb. Ich meine, uns werden sowieso noch ein paar Leute hier entgegenkommen. Deswegen ist das egal. So, weg mit dir, Junge. Ich habe einen Nahkampf-Sniper. Verstehst du? Ah, den treffe ich doch niemals. Warte. Nahkampf-Sniper. Ja, lauf mir auch noch. Scheiße. Warte. Ja, okay. Das geht nicht. Okay, du haust die kaputt. Das wäre super, wenn du mal irgendwas machst, was mir auch hilft. So. Weggefetzt. Die Bitch. Ich habe nämlich eh ein Problem. Ich habe nur noch zwei Schuss für die Waffe hier. Und zwei für den... Ja, läuft eigentlich. Ich muss sagen, es läuft im Grunde ganz gut. Na ja. Mehr oder weniger. Ach nö, warum kann ich hier nicht ruferspringen? Das ist aber fies. Das steht aber gemein. Wie komme ich denn eigentlich da hoch? Das ist mal eine gute Frage. Wo ist er eigentlich schon wieder hin? Das ist, glaube ich, auch eine gute Frage. So, weg. Alter. So. Ne. Oh, scheiße. Granate. Okay, wo ist der Pisser? Wo ist er schon wieder? Der streucht doch hier irgendwo rum. Warum ist er auf einmal da? Ich verstehe ihn nicht. Warte mal, geh mal weg. Oh. Ja. So, fall runter. Naja, ich mache den Kopf mal vorher weg. Du hast es eh nicht drauf, ey. Ohne Scheiß. Ja, du bist getroffen, brauchst Hilfe. Kann ich da auch nichts für? Dir ist eigentlich nicht mehr zu helfen, weil du scheiße bist. So. Der hat gar kein Gesicht. Weg. Ohne Gesicht brauchst du auch keinen Kopf. So sehe ich das. Wo ist der schon wieder hin? Ich verstehe ihn nicht. Der ist immer irgendwo, weißt du? Ich hätte da mal draufballern sollen. Das ist Explosive. Scheiße, ey. Ohne Witz. Okay, warte kurz, warte kurz. Was habe ich denn noch jetzt für Optionen? Ich habe noch einen Explosivbolzen am Start. Okay. Das ist schade, finde ich. Die Explosivbolzen bringen mir weitaus weniger, als ich es gerne hätte. Hier wird nichts explodieren. Oh, scheiße. Oh, nee. Jetzt scheitere ich gleich wegen ihm. Ja, wo bist du denn schon wieder? Boah, der geht mir voll auf den Sack, der Pisser. Wo ist der denn? Jetzt komm her. Dann bleib doch mal stehen. Alter, lauf doch nicht weg. Ich kriege mit dir echt eine Krise. Mach doch mal was jetzt. Hier, haul ihn kaputt. So. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem... Weißt du, hier, warte, warte. Guck mal, du könntest ihm jetzt schön eine mitgeben, aber nee, machst du natürlich nicht. Machst du natürlich nicht. So, ich habe leider... Ich kann nichts machen. Ich habe keine Munition, ne? Und du bist einfach zu unfähig. Hilfe. Boah, ey, dann hätten sie sich das auch sparen können, den hier überhaupt hinzupacken. Nur Spaß. Der bringt mir nix. Der bringt mir null. Der bringt mir nada. Ja? Da bin ich ja alleine besser dran. So, das Ding geht erst auf, wenn ich da unten bin. Das heißt, ich muss jetzt leider auch da nach unten. Das ist doof, aber warum hat das zu machen? So, alles klar, pass auf. Bis hierhin ist das schon mal ganz gut gelaufen. Mehr oder weniger. Irgendwas ist hier kaputt gegangen. Treffe ich von ihm nicht. So, pass auf. Komm, mach auf. So, weg mit dir. Alte Fratzenbacke, du. Blödes, ich weiß nicht. Ich weiß auch wieder nicht, wo er ist. Der ist hier irgendwo. Der chillt hier irgendwo rum. Ja, ja. Sollte, sollte, sollte. Hätte, hätte Fahrradkette, verstehst du? Das Problem... Yay. Oh, scheiße. Okay, ich muss ihn hierhin locken. Komm hierhin. Ja, genau. Mach das Ding kaputt. Du hast es drauf, Junge. Du bist ein richtiger Holzfäller. Äh, der hat die Tonne kaputt gemacht. Oh, fuck. Nein. Ist ein bisschen kopflos, der gute Sebastian. Ha. Joach. Gut, ich mein... Das kann man jetzt so machen. Okay, ganz ehrlich. Leck mich mal am Arsch, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Ne, kannst du mir mal... Hier. Stehst du? Ich werde jetzt erstmal hier nochmal gucken, ob überall Muni... Irgendwo Muni ist. Überall Muni auch noch. Hier wird schon irgendwo Muni sein. Wir machen das nochmal. Ne, einfach mal so. Ich weiß gar nicht, wofür das ist. So, so viel Munition nehmen, wie es geht. Achso, hier natürlich... Streichhörte sind immer gut. Ich könnte natürlich auch so eine Flasche mitnehmen. Da kann ich schon auch mal ein bisschen Spaß mit haben, sag ich mal. Schnauze. Hier gibt es bestimmt irgendwo... Noch Munition. Ich werde die jetzt alle nicht entschärfen. Ich hätte die mal mehr einsetzen sollen gegen die ganzen Viecher. Naja, egal. Scheiß drauf. So, da war es natürlich... Da war und ist immer noch der Spiegel. Obwohl er kaputt sein müsste. So, ich brauche Munition. Weil nur mit den paar Schüssen in der Waffe werde ich nicht weit kommen. Ne, ich möchte eigentlich eher weniger Nahkampf. Muss ich sagen. So. Aha, da ist er kaputt. Na gut. Ich habe aber so das Gefühl, hier ist keine Muni mehr. Was ist denn hier eigentlich drin? Macht denn die Katze dann wieder? Oh, nur Quatsch. Juhu. Juhu. Oh, warte. Ich kann ihn... Burn to hell. Jetzt burn to hell. So, du... Ne, hier wird nicht geknutscht. Alles klar. So, weg mit dir. Okay, das hat jetzt mir ganz schön... Fackel. Wow. Ich glaube, da haue ich mehr irgendwie weg, als ich bekomme. Oh. Wobei, ich bekomme das. Das ist schon mal sehr sauber. Nehme ich auch direkt. So, muss ich den? Ja, komm. Habe ich die Fackel noch? Wo ist die Fackel? Da. Ich meine jetzt auch das Ding auf. Einen kann ich ja... Hallo? Achso, das geht nur... Achso, eine Tür geht nur. Alles klar. So, na gut. Ist jetzt nicht wirklich besser, aber... Naja. Wir müssen mit klarkommen. Ich gehe mal lieber von der anderen Seite, weil... Nämlich. Da kann ich mir noch ein paar Sachen holen. Ne. Hä? Achso. Ich könnte ja hier oben lang... Wie wäre es denn da mit? Sounds like a plan. Er hilft mir natürlich nicht. Also wie die ganze Zeit im Grunde. Hat mir die ganze Zeit nicht geholfen, der Arsch. Ich weiß doch gar nicht, wo der ist. Der steht hier, glaube ich, irgendwo rum. Ach, da steht er. Ja, Mensch. Na, wartest auf Pizza oder was? Na dann. Boah, das interessiert mich. Überhaupt nicht. Ah, Mann, ey. Das ist... Ah, und dann natürlich daneben schießen ist immer gut. Alter, wie soll ich denn ihn töten ohne Spaß? Funktioniert er nicht? Das war knapp. In die Eier geschossen, aber es hat irgendwie keine Auswirkungen auf ihn. Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Kann er mir nicht seine scheiß Axt geben, ey. Ich schaff das schon noch irgendwann. Ich bin da guten Mutes. Boah, jetzt muss ich ja auch überall erstmal wieder lang gehen und schauen, ob wir irgendwo die Munition finden. Und so weiter und so fort und so. So, die Dinger mache ich jetzt nicht auf. Scheiß da drauf, ganz ehrlich. Habe ich hier sonst wo? Hatte ich hier noch Muni gefunden. Nirgendwo eigentlich, ne? Ah, Alter, wie töte ich den denn? Hm. Ich könnte mal was probieren. Dazu rennen wir einfach mal kurz hier rüber. Schönen wir die Tonne durch... Vielleicht kann ich die Tonne durch die Tür treten. Das wäre ziemlich gut, ey. Wenn dich nämlich klappen würde, wäre das super toll. So. Ups. Ja, ich brauche auch nicht so viel davon. Aber wenn ich die da durchkloppen kann, wäre das schon ziemlich geil, ey. So, warte. So, hier, komm. Tonne. Ja, nee, warte mal. So. Kurz hier draufhauen. So, nochmal mit zwei plus Munition. Das ist super. So. Na dann. Burn, bitch. Burn. Okay. Anscheinend. Es ist aber nicht so, als ob ihnen das jetzt viel ausmacht. Whoa. Vor allem, wenn ich die Hälfte daneben schieße, ist irgendwie ganz, ganz doof, ne? Ich kann das, glaube ich, aufgrund meiner Munitions... Äh. Äh. Nein, du triffst mich nicht, du Arschkrampe. Scheiße. Und daneben schießen ist auch doof. Ah, ich kann nicht mehr sprinten, das ist Hammer. Jetzt. Oh, fuck. Ich muss dem Bolzen nachwerben. Das interessiert den ja nicht, wenn ich ihn hier, äh, b-b-b-hier, ne? Und so. Scheiße, den hab ich schon. Huh. Okay, ähm. Äh. Ich hab ein Problem. Ich habe 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 ein Problem. Ich hab nur noch einen einzigen behinderten Schuss. Der jetzt auch weg ist. Das heißt, jetzt habe ich keine Munition mehr. Was soll ich denn jetzt tun? Ich kann mal ganz kurz gucken, kann ich irgendwas bauen? Nein. Habe ich hier noch irgendwas? Nein. Habe ich hier noch irgendwas? Nein. Habe ich hier noch irgendwas? Nein. Hier habe ich das und... Oh, warte mal. Ich habe noch einen Schuss. Ha, Junge, pass auf. Das muss jetzt der Schuss zum Sieg sein. Nein, das ist er leider nicht. Schade. Okay, ich habe irgendwie ein kleines Problem. Könnte man sagen. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dieses Problem versuchen anzugehen und zu lösen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber... Ich brauche mehr mit Explosion. Das wäre gut, aber das testen wir in der nächsten Folge einfach mal aus. Ich werde hier nochmal wirklich alles durchgucken, was man durchgucken kann. Und hoffe, ich finde irgendwas, dass ich mehr Munition habe. Und einfach mehr Bum-Bum und so machen kann. Und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ich hoffe, ich bin damit passiert. Vielen Dank.